Ich habe vor kurzem ein Video veröffentlicht bezüglich Buns oder nicht Buns wegen Maxmods in der Division 2. Es ist jedoch ein viel, viel größeres Problem als ich gedacht hatte. In dem Video zeige ich dir warum es meiner Meinung nach überhaupt keine Buns geben wird und warum sich Massive wirklich komplett ins Knie geschossen hat. Ja und somit ein Hallo von mir, herzlich Willkommen, mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück zu einem Video in der Division 2. Zuerst mal zu erklären was passiert ist. Ich hatte gestern ein Video gemacht bezüglich Maximal Mods in der Division 2, dass es an der Werkbank Maximal Mods gibt. Es ist so, ich habe gestern in meinem Livestream einen neuen Charakter hochgespielt, den seht ihr hier. Mein Hauptgrund war eigentlich, um erstens neue Ressourcen zu haben für meine Know-how. Wie funktioniert das? Naja, ich levelte einfach hoch, habe 6000 SHD, verwandle meine SHD in Doka-Filamente und die spende ich dann in meine Know-how-Stufe. Ja, so spare ich mir nämlich das ganze Leveln bzw. das ganze Leveln des Gears oder Sammeln des Gears. Ja, das war der Hauptgrund. Der Nebeneffekt, den ich hatte, war, ich wollte mir das wirklich persönlich ansehen, wie das funktioniert an der Werkbank. Und hier ist jetzt ein bisschen was Neues aufgetaucht. Ich habe es nochmal in Nerds einem Video nachgesehen, er hat es eh erklärt, aber irgendwie habe ich es nicht verstanden. Und zwar, ich bin ja davon ausgegangen, dass ich nur Mods mir hochcraften kann. Also, dass ich mir hier einfach die Mods auf Maximal holen kann. Also, ich nehme hier einen Mod, den fertige ich an. Und was kommt raus? In dem Fall nur 12%, gutes Beispiel, danke, weil die Schutz vor Elite gehen nicht auf 13. Das war ein sehr gutes Beispiel. Das sind die einzigen, die nicht gehen. Die anderen funktionieren aber. Ja, also wenn ihr irgendwie so Schaden durch Grit braucht und so weiter. Ja, hier gibt es die. Was ich auch gestern gemacht habe und das mache ich jetzt natürlich auch gleich ist, ich zerstöre die alle. Ja, also ich behalte mir davon nichts. Ja, also ich markiere ihn gleich mal als Schrott. Denn, äh, ich hole mir da nichts davon. Ja, also ich verwerte dir jetzt zwei Mods zerstört. Ja, hoffe ich mal. Hast du jetzt den Mod zerstört, den anderen? Ja, passt du. Okay, passt. So, einmal ganz klar. Jetzt ist es aber so, das Ding funktioniert nicht nur mit den Mods, sondern ihr könnt auch an der Fertigungsstation alles andere herstellen, wie zum Beispiel Waffen. Ich nehme eine Waffe, ich habe jetzt keine Verschlusskomponenten, sehr gescheit, das heißt, ich nehme jetzt lieber einen Brustschutz, anderes Beispiel. Ähm, fertige das an. Und jetzt ist es so, dass die auch auf Maximalwerte sind. Das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn alles in dem Spiel jetzt auf Maximalwert ist. Was ist denn der Schluss davon? Was könnte ich denn alles damit machen? Wenn es jetzt heißt, naja, die paar Teile, die, was ist denn jetzt damit? Das Problem ist, wenn ich so viel auf Max habe, ich habe mehrere Sachen gleichzeitig. Erstens, ich bekomme meine ganze Bibliothek voll. Ja, egal was euch fehlt, mir fehlen noch Teile. Nein, keine Sorge, ich mache es nicht. Die sind ehrlich gefarmt früher, ja. Also ich habe meine Max-Werte geholt, außer jetzt Pistole fehlt noch ein bisschen, was man sieht, also ich habe nicht alles voll. Man könnte sich jetzt mal seine komplette Bibliothek hochfüllen. Was geht dadurch verloren? Naja, ich nehme an etliche, vielleicht hunderte Stunden an Spiel, ganz einfach. Ja, ganz einfach. Genauso bei diesen Maximal-Sachen. Was geht verloren? Der Looter-Shooter-Effekt, ganz einfach. Diese kaputte Werkbank entzieht jetzt eigentlich den kompletten Sinn des Spiels. Ganz einfach, man bräuchte da nicht mehr Loot reintun. Also ich brauche da nicht mehr meinen Loot haben und Loot einstellen oder ich kann im Kraftwerk oder wo auch immer im Countdown und so weiter meinen Loot einstellen. Das ist hinfällig, weil ich brauche eigentlich ja nur dann Material farmen. Ich zerlege es, weil ich baue natürlich auch die Ressourcen, das ist ganz klar. Auch neue Spieler haben die nicht, das ist mir auch klar. Ich baue auch Ressourcen und dann kann ich immer halt alles craften. Ja, denn es ist eh auf Maximalwerten. Meiner Meinung nach ist es halt ein Riesenproblem und es kamen dann noch schon die Gedanken auf, naja, vielleicht war das ja für die Season geplant, dass es halt mit dem Seasonal-Charakter so sein kann. Ja, da gehe ich auch mit, aber das darf nicht passieren, dass es dann live auf den Server kommt, einfach auf den normalen Server. Ja, es soll von mir aus dann in der Season sein, weil da hat man ja eh nur den Charakter kurze Zeit. Man kann auch, nehme ich wohl an, nichts über die Kiste mitnehmen. Weil jetzt ist es so, ich kann ja alles über die Kiste nehmen und was vor allem auch geht ist, wenn ich euch nur zeige, ja, nur als Beispiel auch, wenn ihr Exos habt und ihr geht dann an die Werkbank, ich glaube, habe ich jetzt mit der Schnattern Enter, glaube ich, habe ich jetzt, glaube ich, nichts Gescheites gemacht, glaube ich. Oder kann ich die, oh ja, die kann ich jetzt auch umkonfigurieren, aber ich habe nicht genug Verschlussgeise, okay. Auf jeden Fall, ich habe es im Stream gemacht auch. Ihr könntet auch die ganzen, oh nein, in der Todesbord war es, sorry, diese ganzen Sachen auch auf Maximal ziehen einfach. Auch mit dem, ne. Ihr geht hin und craftet es. Klar ist es random, was ihr für Attribute draufkriegt, das ist eben noch random, aber das war ja früher random, also das war ja immer so, ne, also das bleibt aber, der Effekt ist, habe ich jetzt was viel, habe ich was, nicht viel, fällt weg. Ebenso, was dann irrelevant wird in dem Spiel, ist natürlich auch die Optimierungsstation. Weil ich muss ja dann nichts mehr optimieren. Warum sollte ich jetzt hier diese Karbein optimieren wollen, wenn ich sie mir eh dann auf Maximalwert holen kann? Wozu? Ja, weil sie droppt ja dann eh vielleicht eh schon mit dem ganz knapp nur mehr und es ist ja dann auch billiger, das zu machen. Wild, also wirklich wild, was hier passiert ist, denn man hebelt oder unabsichtlich oder wie auch immer, wir haben noch keine offizielle Stellungnahme dazu. Man hebelt halt einfach diesen Loot-Shoot-Gedanken aus, man muss nichts mehr looten gehen, also nicht mehr auf Max-Wert handen gehen. Man kann eigentlich nur mehr Zeug sammeln, verwerten, dass man seine Ressourcen hat und mit den Ressourcen dann an die Werkbank gehen und einfach was Neues herstellen. Jeder, der das Spiel lang spielt, weiß, die Werkbank ist ein Pain in the Ars. Also ganz schlimm die Werkbank und jetzt gehst du einfach hin und hast es ja auf Maximum. Also komplett irre, was hier jetzt in dem Spiel passiert ist, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Und was ich auch jetzt sage natürlich ist, dass ich annehme, es wird gar keine Konsequenzen haben, weil wie soll jetzt jemand nachverfolgen, ob jemand einen Mod sich auf Max geholdert, ein Gearset, dieses Gearset dann über die Kiste verschoben hat. Ob jemand sich einen Wert in die Bibliothek eingetragen hat und, und, und. Da ist ein riesen Rattenschwanz dran, wenn diese Werkbank Maximalwerte macht. Ja, also da hängt viel, viel mehr dran und vor allem, wäre das jetzt ein neuer Spieler, bin ich jetzt neuer Spieler und ich habe mir gerade meine, ich weiß nicht, 50 Ressourcen zusammengefarmt und ein bisschen Geld, dass ich mir was herstellen kann und das ist dann auf Max wert, kann man es dem ja nicht wegnehmen. Ich meine, wie willst du denn jetzt sagen, okay, der neue Spieler, der darf das nicht machen. Der weiß das ja auch gar nicht. Wenn ich jetzt neuer Spieler bin und ich habe meinen Charakter jetzt hochgespielt und er sagt mir, ja, geh an die Werkbank, denn du kannst so Teile herstellen und ich habe jetzt meine Brauparsen gefarmt und ich sage jetzt, ah ja cool, ich möchte mir jetzt so einen Brustschutz herstellen oder ich brauche Handschuhe, nehmen wir mal Handschuhe, ich brauche jetzt irgendwelche Ceska, haben wir irgendwo Ceska rumliegen, nehmen wir Fehnriss, weil ich bin ja Sturmgewehr-Fan und ich stelle mir jetzt Handschuhe her und ich bekomme die jetzt so und ich denke mir, boah geil, die haben jetzt super, was Maximum und Status-Effekt und Waffenhandling, ja und da wäre jetzt das drauf, was ich brauche, nehme ich die und ich kann den ja jetzt nicht bestrafen. Wie kann ich jetzt diesen Spieler bestrafen, der sich jetzt das geholt hat? Kann ich nicht, ja und deswegen, ich denke, da wird gar nichts passieren, gar nichts. Sie sollen das wieder auf normal setzen oder sie sollen es so lassen und dann halt das Spiel aushebeln komplett, ja, wir werden sehen, ja. Das ist jetzt nur meine Info an euch, was ich halt jetzt noch gestern in meinem Livestream so dann die Erkenntnis hatte am Ende. Ich habe bei Nerd nachgesehen, der hat es eh gezeigt im Video, wo man auch immer anscheinend ich habe nur so halb zugehört oder nur zugesehen, zugehört ja, aber dass es halt auch mit Exos geht und Gearsitz und so weiter ist da mir komplett vorbeigegangen irgendwie, keine Ahnung. Ja, na gut, dass ich es hochgespielt habe. Ja, nochmal, auch für euch, wie gesagt, ich behalte mir nichts davon. Ja, ich werde auch nichts irgendwie davon benutzen, weil ich habe eh meine Maximal-Mods und meine Bibliothek ist fast voll und so weiter, also für mich ist es eh zu spät, ja. Aber ich weiß genug, die das jetzt machen werden, denn die sagen, hey, ich habe jetzt schon so, sagen wir, 2.000, 3.000 Stunden gespielt und mir fehlt wirklich noch vielleicht Zeug, vor allem auch, ich bin später gekommen, ich hatte nicht die Zeit wirklich alles hier anzufüllen und nicht alles ressourcenmäßig zu haben für Basteln und so weiter und die nutzen das jetzt natürlich beinahe da ist, ja, was auch klar ist. Ich meine, Massive Ubisoft, ihr habt die Möglichkeit gegeben und jetzt wundert ihr euch dann, wenn es die Leute machen, ja. Also mich wundert es nicht, ja. Wieso? Sorry to see, aber ihr könnt jetzt auch nicht bannen oder zurücksetzen, ja. Das geht auch nicht, überhaupt nicht, weil, nee, 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 macht das nicht. Korrigiert euren Fehler und fertig, Massive Ubisoft. Ja, dann vergessen wir es. Ja, somit, ich hoffe, dieses Video hat gefallen, kann ich sogar umschalten, ja. Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen und somit ein Tschüss von mir, bis zum nächsten Mal.